Hallo, ich bin Lizzie und dies ist mein erstes Soloalbum March to a Different Drummer. Es ist voller Elektropop-Songs und kommt in einer außergewöhnlichen Verpackung daher. Und zwar ist dies das weltweit erste CD-Case, in dem du eine Hologramm-Performance erleben kannst. Geht das? Ja, und ich zeige dir jetzt, wie du ziehst diese Lasche heraus und es baut sich eine Bühne auf. Jetzt nimmst du dein Telefon und scannst den Code oder gibst direkt die Website ein und es erscheint ein Video. Stelle die Helligkeit deines Telefons aufs Maximum und dreh die Lautstärke auf. Das beste Resultat bekommst du übrigens in dunkleren Räumen. Jetzt legst du dein Handy verkehrt herum in die CD-Case-Bühne und kannst meine Hologramm-Performance genießen. Viel Spaß mit dem Song Tiger. KT-Cat Acting like a big tiger Sweet little cutie KT-Cat Acting like a big...